Ich begrüsse euch recht herzlich zu einer Jungfrauzeitung Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung einen guten Rechnungsabschluss für die Stadt Thun, neues Theater vom Alpertheater im Kiental, 50 Jahre Jubiläum in der Garage Schöneck. Bevor wir jetzt aber zu unseren drei Beiträge kommen, geben wir euch zuerst noch einen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten des heutigen Tages. Beate Baume ist neue Leiter des Tiefbauamtes. Die Gemeinderat hat Beate Baume per 1. November als neue Leiter des Tiefbauamtes und Stadtingenieur der Stadt Thun gewählt. Schlecht ist das Jahresergebnis seit Jahren. Infolge der Corona-Pandemie hat die Luftseilbahn wegen einem englischen AG einen Verlust von rund 571'700 Franken erwirtschaftet. Das bei einem Betriebsertrag von 2,2 Millionen Franken. Samuel Kreienbühl ist nominiert für das Präsidium von Berner SVP. Der Wahlkreisverband Thun stellt den 43-jährigen Grossrat für die Präsidiumswahl der Kantonspartei auf. Er erhebt das nötige Rüstzeug, um in die grossen Fussstapfen von Werner Salzmann zu treten. Die Stadt Thun hat ihre Jahresrechnung präsentiert und sie sieht trotz Corona gut aus mit einem Ertragsüberschuss von fast 4 Millionen Franken. Darum möchte der Gemeinderat im Moment nichts als im Kurs ändern und sie keine Massnahmen planen. Er behält sich allerdings vor, wenn es kurzfristig Trendänderungen geben sollte, dass er diese Massnahmen trifft. Wie sie aussehen könnte, hat mich die Kollegin Gina Kröckel an der Medienkonferenz nachgefragt. Sie haben ja momentan keine Kursänderungen oder Massnahmen geplant. Aber Sie erwähnen auch, dass es möglich wäre, wenn es eine neue Trendänderung gibt. Haben Sie sich da schon überlegt, was das sein könnte? Ja, also die Massnahmen, wie Sie sagen, haben wir bewusst noch keine Pläne da reingelegt. Aber was sicher ein Punkt ist, wo wir gefordert sind, sind unsere Investitionen genau anzuschauen und entsprechend zu priorisieren. Weil die Investitionen werden nicht nur im Moment eine Rechnung belasten, sondern und die Selbstfinanzierung weiterhin kritische, falsche Richtungen entwickeln. Sie haben zum Teil ganz klar auch Folgenkosten. Sei es, dass Personal mehr gebraucht wird oder sie belasten ganz klar auch die Rechnung in Form der Amortisation der Investition. Also das heisst, das ist jetzt noch nicht irgendwelche Liste von Projekten, die man dann vielleicht auf Eis legen muss oder sogar eine Steuerwert erhöht in Aussicht? Nein, absolut nicht. Wir wollen ja weiterhin eine Finanzpolitik von der ruhigen Hand weiterführen. Das heisst, interessieren wird vor allem die Rechnung des nächsten Jahres, wie sie abschliesst. Weil wir ja die Auswirkungen der Covid-Situation erst einmal budgetiert haben, aber dann auch noch nicht wissen, wie sich das wirklich präsentiert in den Zahlen. Mehr um Geist als um Geld geht es beim Alpertheater im Kiental. Zehn Jahre nach ihrer ersten Eigenproduktion lanciert Truppe ein neues Theaterstück mit dem Namen Total Normal. Das Stück zeugt von grossem Tiefsinn, aber auch von Situationskomik und von überraschenden Wendungen. Mein Kollege Patrick Schmid war an einer Probe dabei und hat sich in die Theaterwelt entführen lassen, kurz bevor das Stück uhraufgeführt wird. Wie ist das? Ist man da ein wenig nervös von der Premiere? Ja, man ist schon ein wenig nervös, aber wir freuen uns wahnsinnig, dass wir endlich spielen können. Wie wird es sein, wenn das Stück zum ersten Mal aufgeführt ist? Ist das anders als bei Hauptprobe? Ja, das ist anders. Es ist der erste Mal, dass das Publikum wirklich zuschaut. Und wir wissen natürlich nicht, was passiert. So, jetzt wollen wir doch mal schauen, wie das Dreckli rausgekommen ist. Hm, etwas ist da noch viel zu dominant. Hirnli! Wie könnte man einen Buchklappentext für das Stück dichten? Ja, das ist sehr schwierig. Es geht um, was ist überhaupt normal und wie bestimmt, was normal ist. Und ja, vielleicht sind dann das die zwei Sätze. Den Rest muss man sich überraschen lassen. Für welche Leute ist das vor allem sehr spannend? Es ist für alle Leute. Es ist wirklich ein unterhaltsames Stück. Und vielleicht gibt es auch noch etwas zum Nachdenken. Aber man kann sich köstlich amüsieren und man wird auch Sachen entdecken, die man selber vielleicht auch macht. Welchen Humor will man denn da ein wenig entdecken zwischen den Zeilen? Ja, das ist auch wieder eine schwierige Frage. Ich denke, der Humor, der mir hat, ist vor allem, dass man Sachen von sich selber herkennt. Und wenn man da darum lacht, dann sieht das Leben eigentlich super aus. Das ist total normal und gar kein Bock. Ja, wir gehen nicht dazu. Doch machen wir kein Kussentrat. Ganz ständig störe ich ab. Ja, da können wir drei alt mit Grönnen und Main Street sind und viel Maronen. Ey! Die ganze Welt ist voll von uns. Wir sind halt dort wie alle ein. In unserem Land und der Gesellschaft. Mehr rot, gelb und blau. Ich weiß, ich denke, ich soll fort. Mit dem Bramberg, genau, wo Herr Hürsebeck. Man kann sehr schnell entdecken, Talente, die in komische Leute verstecken können. Nicht eine Premiere, dafür ein rundes Jubiläum feiern wir Schönett Garage. Vor 50 Jahren wurde das Unternehmen gegründet. Eigentlich wollte man diesen Geburtstag mit einem grossen Fest feiern. Das ist wegen Corona nicht möglich. Darum gibt es jetzt, verteilt über das Jahr, verschiedene kleinere Aktivitäten und Aktionen zum Jubiläum. Mein Kollege, Ben Nabeckle, hat mit Patrick Burkhard, dem Geschäftsführer von Schönett Garage, geredet und ihn gefragt, was das Firmenjubiläum bei Ihnen für einen Stellenwert hat. Mein Ziel ist, dass man sich wohlfühlt im Betrieb. Man kommt ja in eine Garage und gibt immer ein wenig Geld aus. Man geht nie mit Geld raus, wenn man zu uns kommt. Und dass man ein gutes Gefühl hat, wenn man bei uns vorbeikommen ist, das ist eigentlich das Wichtigste. Und jetzt feiert ihr zu 50 Jahre Jubiläum in der Schönett Garage Spiez. Wie fühlt ihr euch? Einerseits sehr, sehr erfreut, dass wir 50 Jahre feiern dürfen. Auf der anderen Seite natürlich ein bisschen eingeschränkt in den Festivitäten. Aber ich denke, man kann ja 50 Jahre feiern. Es ist schön zu sehen, wir haben Kunden, die drei Generationen bei uns im Betrieb sind. Es hat mit den Eltern angefangen, er hat mit den kleinen Kindern dabei. Die sind mittlerweile auch im Automobilzeitalter angekommen und haben selbst ein Auto. Jetzt können schon die Kinder von ihnen wieder schauen für ein Auto. Also das ist für uns eigentlich die schönste Werbung, wenn das von Kind zu Kindern weitergeht. Sehr grosser Trend im Moment. Gemper, respektive Wohnmobile. Auch das ist bei euch ein Thema. Das ist ja so, ja. Wir haben letztes Jahr effektiv den Trend verschlafen, muss man sagen. Also zusammen mit dem Importeur konnten wir nicht annehmen, dass es so boomt. Und für das haben wir dieses Jahr ein bisschen vorgesorgt. Man kann also bei uns vorbeikommen und eine Woche später ist man eigentlich mit dem Gemper schon unterwegs. Noch eine persönliche Frage, Herr Burghardt. Wenn ihr jeden Ford herauslesen könntet, den es gab und gibt, für welchen würdet ihr entscheiden? Das ist eine ganz schwierige Frage. Weil es hat in den Jahren, in denen ich dabei bin, immer wieder Produkte gegeben, die ich mit Reha verliebt habe. Ich als Amerika-Fan liebe mich Ford Explorer, den Plug-in-Hybrid. Und was jetzt noch auf uns zukommt mit der ganzen Elektromobilität, der neue Mustang Mach-E, das ist sicher, ich sage es jetzt noch einmal, das geiles Auto. Ob das Wetter am Wochenende für Festivitäten geeignet ist, das seht ihr gerade im Anschluss bei den Kollegen im Wetter. Ich wünsche euch jetzt schon einen grusamen Abend und eine gute Zeit. Auf Wiedersehen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, das ist die Jungfrau Zeitung Wetter für das Berner Oberland. Ganz herzlich willkommen dazu. Der April, der hat sich vor allem in den ersten Tagen selbst die ganz versöhnlich verabschiedet. Das ist doch noch einmal länger sonnig geworden. Wir gesessen es hier auf der Webcam von heute kurz vor dem Mittag. Aber am Nachmittag, da hat Wochen natürlich mehr und mehr zu nehmen. Und wenn wir uns den Strömungsfilm anschauen, dann sehen wir, wir sind weiterhin tiefdruckbestimmt unterwegs. Nachmittags in der Südwestströmung hin und dementsprechend erreicht uns auch immer wieder Feuchtigkeit. An der kommenden Nacht ist es stark bewölkt, immer mal wieder nass und dementsprechend starten wir morgen stark bewölkt in den Samsten. Es ist aber am Vormittag nur gebietsweise nass. Die Temperaturen gehen rettour am Tunnel und Priensersee gegen etwa 7 Grad. Das Gerindewald, da starten wir nicht rund 5 Grad in den Tag. Und das Adelboden, da messen die Tiefstärkte etwa 4 Grad. Am Nachmittag, da dominieren weiterhin die Wolken und bis am Abensetzen von Südwesten her verbreitet. Und zum Teil kräftige Niederschläge, speziell in der Nacht auf den Sonntag. Da kann es richtig schütten die Temperaturen. Am Nachmittag also um die 11 Grad im Maximum. Das Gerindewald beispielsweise, da messen wir um die 9 Grad. Die Cheva-Grenze umsonst dann noch über 2'000 Meter, sinkt aber in der Nacht auf den Sonntag auf etwa 1'000 bis 1'200 Meter. Das ist eine kaltfront und der Sonntag startet dann noch stark bewölkt. Auch noch verbreitet nass. Tagstür gibt es daher einen Übergang zu wechselhaften Wetter. Es sind ein paar Auflockerungen möglich, aber auch noch weitere Regengüsstemperaturen. Die Sinterlaken noch bei 9 bis alle höchstens 10 Grad. Der Wochenstart, davon übergehend freundlicher, zum Teil sonnig. Nur einzelne Regengüsse, die möglich sind maximal 14 Grad, am Morgen aber frisch. Die Temperaturen nehmen die Woche aber bereits wieder zu. Die Temperaturen reichen maximal 15 Grad. Es ist noch etwas unsicher, was im Detail passiert. Aber wahrscheinlich wird es am Mittwoch wieder verbreitet. Nass um den Donnstein ist es eher wieder unbeständig. Die Temperaturen dürften vorübergehend ein wenig Retour gehen, von Donnstein langsam wieder anziehen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Jetzt wünsche ich euch aber zuerst ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.